Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz und ich grüße euch aus der herrlichen Sächsischen Schweiz. In diesem Video möchte ich euch zum diesjährigen Yoga Camp einladen, wieder in Meinhardt, wie schon die letzten Jahre. Mittlerweile ist es bei uns Tradition zu Sommersonnenwende das Yoga Camp zu veranstalten. Es kommen sehr sehr viele Leute aus den verschiedensten Ecken Deutschlands. Manchmal kommen auch Leute außerhalb, also international ist diese Veranstaltung. Wir haben selbstverständlich im Programm sehr viel Yoga, Meditation. Schon in den Morgenstunden wird meditiert, um eine besondere, gute, positive Energie aufzubauen. Wir haben im Laufe des Tages auch interessante Vorträge mit interessanten Leuten, Yogalehrern, denen ihr auch individuelle Fragen stellen könnt. Wir gehen immer gerne darauf ein. Wir haben am Samstag natürlich auch unser Feuerritual, also zu Ehren der Sonne, zu Ehren der Sommersonnenwende, das Kupala-Fest, wie es auf Slavisch heißt. Wir machen wie immer eine Feuerzeremonie. Danach gibt es Feuersprung, Kohlelauf und so weiter, damit man zusätzlich die Energie der Natur im Yoga Camp akkumulieren kann und dann gesund und glücklich nach Hause fährt. Wenn ihr noch niemals beim Yoga Camp dabei wart, schaut es euch an, lernt dort die Leute kennen, lernt das Programm und die Veranstaltung kennen. Ich verlinke euch den Link hier oben im Video, unten in der Videobeschreibung findet ihr ebenfalls unsere Homepage-Adresse, wo ihr mehr Informationen bekommt, wo ihr euch auch zum Yoga Camp anmelden könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns in wenigen Wochen. Auf Wiedersehen, euer Eugen Minz.